meine Güte aber sagt auch bis bald er hat noch an die Zielgruppe auch ausruft die spackische Grenze die Kasperspieler und spackische Gäste Kaspianer das Fischer das liegt am Kaspischen Meer kommen in Baden Scheiß auf Krieg um die Picknick auf hinaus wollen ich habe meinen Ball mitgenommen also auch für der Bälle und Russland was aber nahe der zwei blaue Bälle mitgenommen 3 3 ich gehen den Sturmsoldaten und ob er alle Schuze direkt in die Jets so welche Sportbisse die Male wenn ich bin und du bist gar nicht bei mir in den Dingen doch doch bis bei mir im Team ja dann haben wir abo und dann spaw ich direkt bei dir kriegst du schon mal 10 Punkte ohne Schick ach da ist ein nein fahrt doch nicht alle weg nein und wann komm wir direkt fahren dann sauber ach du musst jetzt nicht machen er ist bei der Lärmsteilung dringend er ist die riesige Antenne da stehen in der Doppelmann der Karte oder Kamerl aber wenn wir zu einem Jahr sie aktiviert wird gegen die alle wir fährt gegen so ein Prozent Haus und so ein Scheiß mehr und die Flieger aus dem Auto das kann sich zu schaffen Stellung vorgestellt hier steht ein Baumbfahrt ein Fall gegen den Masken ein Flieger kommt er in den Bergen Sonnen wenn uns eine Kuhle reinfällt Erfreund fährst und die mit genug überlostet. Wie heißt das denn hier wieder? Beschleunigung, ne? Ja, genug Beschleunigung, dann wird so auch rausgewichst. Ich bin einige, wieder anstrengend und weiterfahren. Du weißt auch nicht, wo du hingehen sollst, ne? Ne, ich renne einfach nur im Kreis her. Ich hab auch keine Ahnung. Hören wir mal das Auto. So, also bist du schon? Ja, komm schnell rein. Aber der will nicht, dann nicht. Boah, knapp, knapp. Oh, 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 schieß, 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 boah, noch einer, noch einer. Oh Gott, so schnell kann ich gar nicht drehen. Ja, hab ihn, Double Kill. Hast du dafür auch Punkte bekommen? Ja, ja, hier ist das für mich. Du fährst hier rein, wir bratzen alle nieder. Pass auf, von hier. Ja, ich hab einen gekriegt im Kopf. Ja, ich auch direkt. Von der PP2000, der durchstehender Zutritt irgendwie am LKW. Hey, guck mal hier, die machen da Lagerfeuer, oder was machen sie gleich? Ja, gröllen sonst beide. War schön ein bisschen. Ich bin bei Zegels bohren. Ich wollte ja eigentlich nicht bohren. Oh, ich mach deiner Puck, 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 ja? Schauen wir mal. Äh, ich bin Vorschlang, wir rennen zur Tankstelle. Aber das ist ein Panzer, könnte nicht gut sein. Pass auf, vor Busch-Campern. Ja, das ist die gefährlichste Art von Campern, ey. Die kommen aus der Ecke raus und... Ne. Hehehe. Da ist einer, hier ist einer runtergelaufen. Werf mal ne Granate, ey. Ja, der ist doch der Panzer von links. Ja, ich hab ihn. Alter. Der ist... Paar. Wie gesagt, die... F2000 ist so. Ja, 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 ich hab' schon gesehen. Ah, der ist wieder... Ich hab' mal... Medikid? Ich hab' kein Medikid dabei. Du bist auch ein Anwerfer. Ja, ich wär' einer von den Coolen, weiß nicht, will nur Kills kriegen und so. Ach, komm, da laufst du doch wieder. Hier kommt einer rum. Boah, ist der geflogen. Ich hab's gesehen, wie der geflogen ist. Jetzt hab' die geflogen. Oh, von der Seite links. Hast du ihn? Lebst du noch? Ja, das ist noch einer. Dann bleib am Leben, ich spawm bei dir direkt. Eins. Hier bin ich. Juhu. 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 Oh, da schießt einer. Alter, wann... Naja. Lamer. Wo bist du verreckt? Ich seh' deine Leiche nicht. Ja, der hat mich zu, hä? Achso, du bist so auseinandergefetzt, dass man dich nicht mehr wiederbeleben kann, oder was? Ich steh'. Stell' mal vor, ich würde noch ein paar Teile fliegen, ey, in Bett. Stell' mal vor, ich würde noch ein paar Teile fliegen, ey, in Bett. Das ist nicht geil. Du kannst bei mir spawnen. Bist du spawned? Bin ich schon. Ja, da lag zwar, da war zwar dieses Icon zum Wiederbeleben und deine Leiche war weg. Ja, wir sollten mal nach E jetzt gehen und den Punkt einnehmen. Der wurde schon neutralisiert. Alter, schon wieder von hinten. Komm zu mir. Bin direkt hinter dir an der Treppe. Ja, den Punkt haben wir schon mal. Wir sind im Container. Weißt du, was hier einer gemacht hat? Ne, wir fahren hier im Jeep hin, ne, wir waren auf der anderen Seite. Dann fährt da einer steckt aus, wenn den Punkt einsteckt wie ein Fett vor gegen die Tankstelle alle stirbt. Ey, warte, hab' mir nur gedacht. Da kommt Panzer von links, äh, rechts. Ich sage mir, ich sehe keine Fußtruppen, ne? Ne, komm mal rein. Guck mal, ob ich das jetzt hier oben erledigt habe. Ich hab' mir gesagt, ich hab' mir jetzt nicht mal kurz, ne? Guck mal, ob ich das jetzt hier oben erledigt habe. Da kommt noch ein Panzer von rechts. Er wird da nicht so weit vorgehen, ey. Der macht die gleich galt. Äh, der muss ich da mir ja nicht. Ich bleib' erstmal noch auf E hier, ey. Ich hab' halt keine Fußtruppe kommen, ey. Da wird da nicht so weit vorgehen, ey, der macht die gleich galt. Boah! Ich krieg die Tankstelle erst mal die Luft! Ich kann ja ein bisschen Granaten schießen! Wette das Haus weg! Ist das ausgestiegen! Oh! Da fand's was weg! Oh, von ihm! Von ihm! Von ihm! Von ihm! Oh, 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 oh! Sniper! Das ist dämlich! Ich seh keine Sau! Oh, ich hab hier jemanden laufen! Einfach so! Toll! Hier ist ein Sniper! Hier ist ein Sniper! Gebüsch! Ich sollte mal vom Haus dann gehen, das wäre, glaube ich, eine gute Idee! Da! Covert Operator! Wenn du den durch den Durchschlitz gehst, hat der dich direkt! Das soll nicht, wo der liegt! Wir haben den Punkt schon fertig! Gehen wir mal zu A! Komm mal hier über die Wiese! Ein bisschen hüpfen! Hüpfen zusammen über die Wiese! Da! Rechts über die Wiese! Hui! Viel Spaß und Freude! Oh Gott, da ist auch ein Sniper! Ja, ja! Oh mein Gott! Ja, die Wiese kannst du von vergessen, ey! Ich will auch nicht über die Straße gehen, weil da liegt auch einer! Alter! Bist du jetzt fast dahin gekriegt? Oh Gott! Ich habe eingekriegt! Von hinten! Hinter uns ist der! Ne! Vor uns ist der! Oh! Da! Bei dem Häusern ist der! Das war Wuster! Ich werde es da rausfinden. Da irgendwo. Ich bin gestorben, um herauszufinden, wo der ist. Ganz weit an den Bäumen. Der schießt voll weit. Der hat ein zwölf ballistisches Scope-Ding an der Seite auf. Oh, jetzt werde ich gemessen. Sauber. Ich spaw mal bei D. Ich komme auch zu B. Die werden gerade angegriffen. Ach so. Ich spaw ihn erst mal. Dann kriegst du direkt von innen. Ja, wo ist das? Das ist schön. Das ist doch schwul. Dann wissen wir ja auch, dass du meins. Ach. So, nochmal. Versuchen wir gleich nochmal. Selten hat die Häuser bei D noch nicht stehen, ne? So, jetzt gehen wir von D zu mal. Ey, die Sniper regt mich furchtbar auf. Ich sehe heute keine Fußtruppen. Jedenfalls fast. Aber Sniper. Davon ordentlich. Wie bist du denn? Bei D. Ich habe gerade einen wiederbelebt. An den Häusern. Oh. Du willst leben? Ich zwing dich dazu. Oh mein Gott, der Panzer. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich kann dich nicht wiederbeleben. Weil ich auseinandergefetzt bin. Was mir noch nicht dargestellt ist. Aber eigentlich bin ich dann der Leiche, ja. Gott. Das ist ein Panzer. Ah, ich habe dir nicht mehr erkannt. Allein sind hier in den Video. Ja, ich habe mich nicht mehr erkannt. Ja, aber. Gott. Ich sehe ihn. Anfälle. die sterben jetzt kann ich die wiederbeleben und dadurch Punkte kriegen ach so, da ist der Panzer Helikopter von oben oh der Panzer, jetzt wird er weg oder was also bei mir sieht es gar nicht so schlecht aus mein Gott, Pussy Teamplayer müssen wir sein oh, der Turm fällt oh, der ist aus dem Helikopter gesprungen ja, der kreist immer noch um uns herum, er ist total dämlich, er muss ja weg ein feindlicher G-Bode in eurem Gebiet gesichtet, rückbedeutet ah, wir sind so viele Leute hier auf dem Spiel und ich sehe kaum Fußtruppen, das nervt das ist einen Berg hochgekommen ich bin wieder ein bisschen gefallen und kriege wieder Fallschaden, ich bin so froh, dass die das bald patchen da sind zwei, von hinten hab ich ha, Headshot, schwerer Lauf weiß nicht, ob ich den bei der F2000 anlegen soll das war so ja, weil, ne, die schießt na gut, auf Distanz, ne, wenn man Präzisionsschuss macht auf Distanz, das ist immer gut, dann ist das präzise aber wenn du dann Vollgas gibst, ne, dann wird das Ding sofort unpräzise das macht halt der schwere Lauf Distanz, yay und Close Combat, ne komm schon neben dem Punkt ein pass auf, da ist einer mit dem Jeep, ein Sniper da vorne oh fuck oh, von der Seite ich bin schon weg von C ich bin schon weg von C jetzt haben wir den Punkt ein Alter, 2,7% live ne, dann kommst du ne ich komm mal von hinten, da war da einer da ist ein Panzer, ich dachte, das ist ein Affe ja, das bin ich ja wir haben so ein Maschinengewehr gesehen, deswegen da ist einer da hochkommen und irgendwie Sonderkrieg aber ja, von oh, der Panzer kommt da runter ich dachte, der bleibt da oben so ein Affe wenn ich den dann gekillt, der dann in der Zäune war oh, ich hab vorweilen oh, mein Rang 7 Kills kommen lang schon schon rein mein Gott, Dreckstanzer, ne der Panzer da immer noch ja, ja, der wird grad redet Pissar, ey Pissar, ey und äh toll, der steht mir natürlich mit der Front dazu, ne also ich hab jetzt hier lang, glaub ich, gleich gekillt ja, von hinten mega Sniper oben im Turm was ist da dumm? vorne den Panzer und hinter mir der Sniper, weißt du? ja aah gar nicht nervig so der Sniper kam in meine Richtung wir haben mich jetzt mal gekillt uuuh ich schieß mal direkt auf seinen Turm bam Gott, duk dich bloß! oh mein Gott, war das knapp oh Gott, warum hat der jetzt so gewackelt? hab den gar nicht getroffen, nur einen Schuss ja Panzer ist weg ja, ja, mit C4 ich hätt den killen können, ey miesen ich komm mal zu dir den Punkt einnehmen äh, leg mal bitte Munition deine freundlichen MG-Schützen in eurem Gebiet gesichtet hab ich da ist noch ein Panzer ja komm, hallo, nimm dir die Scheiße auf wo ist der? ich seh den nicht da kommts schon, der weg 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 ja, ich seh schon da kommt der Glamerker der kommt da hochgefahren dann weiß der verrückt Alter jetzt kommt er, ihr habt's viergelegt, du Spackeln der will nicht mehr jetzt haut der ab ich hab gleich wieder vor ihn gekillt ich würd ihn mal besuchen gehen ich hab' ich schnauze voll ja, der ist nach Ehe gefahren ich seh' den gar nicht mehr ja, klasse wo ist der Panzer? jetzt guck mal wie vom Erdboden verschluckt äh, auf der Straße weiß ich nicht ne ich kann den Panzer verschwinden er ist da umgedreht er steht da ja, komm mal er ist zum Teufel er ist umgedreht echt? er steht bei C wir rennen nach Ehe ja gut, nicht ganz bei C, aber ich weiß schon wo ungefähr so positioniert sich den wieder von oben drauf äh, von hinten von hinten Augen offen halten ja, auch vom Weg, ne da ja, er ist down ja, er ist down ja, ich hab den niedergehalten Service da hab' ich erhalten das Ding streut ein bisschen extrem die Waffe ich gerade mit hier in der Distanz da ist noch einer ja, der wollte sogar schießen jetzt kommen sie jetzt oder was? bringen Busch auf ja, einen hab' ich Puffis Midi hab' ich Puffis Midi hab' ich ja, der Panzer dürftet ja mit den aufräumen wo ist der andere Panzer? der macht mir viel mehr Sorgen der soll mal hier drauf rollen oh, der Hubschrauber kommt oh Gott, ey, wette den Juli aus dem Himmel mit dem Ding 100 Euro weil ich daneben schieße Mann, wenn man ein Helikopter fliegt, kann man nicht unbedingt von Dingens erwischt werden ne, also schon so effektiv wir haben das Einsatzziel verloren oh, der kommt zurück oh, der kommt zurück ja, pff der schießt doch genau für uns der hat sich über uns hinweg geflogen der dreht gleich ab ich sollte mich anders positionieren sonst macht der mich platte oh, fuck, der dreht da oben naja, der möchte jetzt noch auf C bleiben, guck der hat sich in den Baum geflogen der hat sich in den Baum geflogen der hat sich in den Baum geflogen ja, der ist jetzt noch auf C leben ich lebe das Ganze ich lebe das Ganze ich lebe das Ganze ich lebe das Ganze